Herzlich Willkommen zum aktuellen PQ Primetime Chart Check, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs. Heute ist zwar Rosenmontag, aber keine Angst, wir verleihen hier jetzt nicht den Titel die Pappnase des Tages, sondern kommen direkt zum heutigen Top-Titel Tesla. Die haben am Freitag richtig auf die Mütze gekriegt und das hatte gleich mehrere Gründe. Zum einen war da ja die Sache mit der Wandelanleihe. Die wurde 2013 begeben und besagte, dass am 1. März 2019 920 Millionen Dollar, also fast eine Milliarde, zur Auszahlung fällig werden. Die Krux an der Sache ist der Kurs. Wäre die Aktie bei rund 360 Dollar gestanden, hätte Tesla nur die Hälfte der Rückzahlung in bar vornehmen müssen. Der Rest hätte in Aktien ausgezahlt werden können. Das geht nun nicht, also geht es an die Barreserven. Die betrugen Ende 2018 rund 3,7 Milliarden. Den Rest können wir uns im Kopf ausrechnen. Das ist aber noch nicht alles. Die Ankündigung erheblicher Preissenkungen und der Schließung vieler Filialen, sowie das Bekenntnis, dass Q1 wohl nicht profitabel sein wird. Und damit kommen wir jetzt auch zum Chart, denn da kippte die Aktie am Freitag direkt unter die 300er Marke weg und setzte beinahe an der 290er Unterstützung auf. Damit haben wir jetzt zunächst mal eine Dezember-Abwärtstrendgerade vorliegen und von unten kommt die Oktober-Aufwärtstrendgerade, ergibt zusammen ein Dreieck. Das gibt dann auch gleich die möglichen nächsten Kursziele vor. Auf der Oberseite müsste Tesla zwingend den GD200 und die 320er Marke zurückerobern, um anschließend aus dem Dreieck nach oben auszubrechen und das Gap vom 18. Januar zu schließen. Da reden wir bereits über ein Kursniveau von roundabout 340 Dollar und von dort aus wäre dann auch die Rückkehr in den Bereich um 360, 380 zumindest möglich. Auf der Unterseite, ja da wird es eng, denn da hat zwar die Haltelinie knapp oberhalb von 290 Dollar ihren Job gemacht und gehalten, aber das war am Freitag und heute werden die Karten neu gemischt. Und Unterstützung sind nach unten reichlich vorhanden. Die alle aufzuzählen macht jetzt aber wenig Sinn. Wir merken uns einfach in absteigender Reihenfolge die Zonen bei 280, 270, 260 und 250 Dollar. Damit ist bei Tesla weiterhin fast alles möglich. Wir bleiben deshalb dran und Sie hoffentlich auch. Ihnen noch einen schönen Rosenmontag. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sehr freuen. Vielen Dank dafür und Servus bis morgen. Vielen Dank.